Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 days to die. Heute mal wieder mit Mirko, auch wenn man ihn wahrscheinlich nie hören kann. Der redet zwar auch, aber der hat geneigt das Mikrofon und will auch gar nicht gehört werden. Deswegen führe ich halt immer ein bisschen Selbstgespräche mit mir selber. Und wir sind immer noch in irgendeiner Stadt. Irgendwo in Zombieland. Am Ende der Welt. Und jetzt würde ich trotzdem gerne mal... Mann, da gibt's Bücher laden. Stimmt, Bücher und das hände ich ja nie. Ich muss erst mal so einen Zombie hauen hier. Und den Kopf. Ah, cool. Munition. Munition. So, wo bist du denn jetzt? Na, ich bin hier. Bei den Büchern. Na, da komm ich... Dann geh ich mal zu den Büchern. Ich bin da eher so ein Büchernwurm. Ich bin da eher so ein Büchernwurm. Ich sag mal, wie ich so aus von Star Wars. Komm hier. Okay, das kommt doch auch noch. Ja, jetzt kann ich mich da. Ich bin stärker. So. Oh, hallo. Oh. Komm da noch, genau. Komm mal, das macht ein Krach. Ach. Ach so. Ja, logisch kann ich schon. Kann ich auch schon. Gibt's auch 394, ja. Hast du Spaß? Ja, ich lebe. Wie bist du denn? Oben drinnen oder? Der ist gerade mit vorbeigelaufen. Oh. Der hat aber auch gut Munition dabei gehabt. Holz. Nee, Holz brauchen wir nicht. Seitdem steht hier wirklich der Handling rifle mit. Geht's. Guck mal, was hier noch schönes gibt. Schon in Faust. Was heißt. Also, wie das heißt. Verkämpfer. Halt. Guck mal, was hier noch schönes gibt. Guck mal, was hier noch schönes gibt. Wieso rum? Und wieder kein Buch drinnen. Ach, Mann. Verdammt. Geht's schon wieder? Ja. Ah, der hat Yuka dabei. Wer bist denn du? Ich bin fertig mit meinem... Okay. Dann geh ich doch mal... Was haben wir denn hier noch in den Bau? Gibt's Benzin? Hier steht nichts dran. Oh, ist das für ein Fehler? Ich glaube ja. Was war denn das für ein Fehler? Nur Reference, Exception, Object, irgendwas. Was machst du dich? Das Scrap Pen, das brauch ich nicht. Kann ich wirklich nicht zusammenlegen? Das ist ärgerlich. Hm. Stoff nehme ich dir gern mit. Soll es irgendwie total sinnlos in das Gebäude? Scheint bloß so ein Lückenfüller zu sein. Hm. Gibt's nichts? Kann ich mir immer noch mal Benzin holen? Da gibt's noch ne Bank. Oder sind wir... Ne, da sind wir hergekommen, ne? Mit mir? Oh, das war die Bank um uns. Ne, in der Bau war ich nie. Hast du was zu essen? Möglich. Guck mal. Achso, hier den Quest mit den Boyzoni haben, ne? Welchen? Äh, that will do pick challenge. Schreie? Mhm. Mhm. Ich hab schon so viele Channels auf dem Simon. Kommt so ne Natsche raus. Was ist denn das? Ja, gelb. Oh. Gibt's jetzt mal das Scrap-O-Ning oder das hier so? So. Dann... Was mach ich denn jetzt? Hm. Okay, dann scrub ich das mal. So, wo war mein Mini-Bike? Ja, welches jetzt... Dem gehören jetzt hier was? Ich glaub beim Bücherladen ist meine, ne? Dann kannst du nur inseln. Was ist denn jetzt? Ne schlechte Lange. Okay, kann ich noch irgendwas... Was ist denn das so? Hm? 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 Wieso war's denn das so? Hm? Gibt's denn da noch was Sinnvolles? Nein, die müssen wir an die Hände räumen. Guckst du mal in die Autos rein? Ah. Da hast du eine Angeleuchtung, ich wollte grad abstimmen. Das ist ein Safe. Das ist ein Safe in der Küche. Da sind bestimmt die ganz säuren Ritärer und Gewürze drin. Was ist denn drin? Ah, hier ist A-A. Da muss ich fast mal die A-A aus dem Auto holen. Ja, Quatsch aus dem Minibike. Ja. Das wird drin. Egal. Hm. Taktippe habe ich da auch schon im Minibike. Hm hm hm. Mann, oh Mann. Das ist mal viel zu wenig Platz, das man hat. So, Taktippe. Was gibt's hier noch? Wo bist du? Ich bin am falschen Minibike. Bist am falschen Minibike. Finger weg von meinem Minibike. Ich bin am falschen Minibike. Hm, zwei Eier. Macht's jetzt auch nicht so, dass... Können wir theoretisch die Eier sparen. Blu-Berries. Farbe. Ich bin am falschen Minibike. Ja. Boah. Okay. Ich bin am falschen Minibike. Soll ich das? Bist du nur jetzt hingefahren? Eine kleine Hütte weiter. Da hat man gerade so ein Krabber drinnen und... Das klingt ja mal. Man wird nichts einstecken. Tja, die Überbevölkerung muss halt hier ziemlich groß gewesen sein in dem Nest. Ja. Ist überall nichts drinnen. Gibt's nur noch einen Pillen? Da warst du schon drinnen. Ach, ich seh nicht mehr durch hier. So, ich wollte von hier eigentlich reingehen. Meine Tankstelle. Was hast du denn? Guck, keiner da. Ist aber seltsam. Hm. Seltsam, seltsam. Ich hätte was zu trinken. Gerade noch rechtzeitig. Zu trinken hatte ich doch ganz viel. Wir waren ja überall. Du brauchst immer noch mal da. Ich brauch ständig zu trinken. Ah. Und Rezept, was man verkaufen könnte, hätte man Platz. Ah, wieder dran... Hm. Mensch, müsste was jetzt Dünger kostet? Ob es den Händler gibt? Nee, kranklich nichts. Nee, kranklich nichts. Das ist ein Feuer und ich hab gekocht. Lass doch die Feuer und das Fleisch. Gibt's ne Schmiede? Die zerstört ist. Und mehr Press. Und... Sonst nix. Hm. Ah, cool. Ah, cool. Ich hab wahrscheinlich kleinen neuen Bänder... Bänder? Oder wie nennt man das? Einen Schal. Oder was? Für mein Hals. Ich hab schon 600... Na gut. Wird langsam lacht? Nein. Was machen wir da? Keine Ahnung. Wo ist denn... Ich bräuchte echt noch mal nen Händler hier? Hey. Nein. Jetzt wollte ich was umsortieren. Und jetzt hab ich hier... 1000 Sprit an der... an der Maus hängen und äh... Das war nicht. Brauchst du für Headlights? Nee. Nee. Komm die weg. Nein. Hm. Ach, hei. Ah. Ah. Dann probier ich nochmal nen Motor zu bekommen. Ruhig aber jetzt auch. Da steh ich nochmal... Oh, da fällt 4 neben da. Daneben. Äh. Wieso? Äh. Ich muss das mal schnell. Verdammt. Bisschen Mist. Ja, die muss ich... Bitte liegen lassen. Oh, ne Kiste. Ne Kiste, ja. Das war ne... ...möglichkeit. Gass kann man gas... Gass kann man gas... Mhm. Verdammt. das war ja alles quatsch naja gut ich glaube ich suche jetzt erstmal einen Händler und dann fahre ich wieder zur Basis zurück gucken ob es irgendwo einen Händler gibt, den man den ganzen Unsinn verkaufen kann ich sehe da hinten am Horizont so eine Säule vielleicht, das könnte ein Händler sein ah ne das ist so ein komischer Mast, ah ne ich weiß nicht was das kann sein, ob es ein Fabriktauschtanzer oder eine Antenne, okay man muss selber einen Händler geben das ist jetzt einfach mal meine These, es gibt hier einen Händler das ist nur die Frage wo ist der Händler ich fahre jetzt einfach mal nach Westen folgst du mir? ich sehe bis jetzt nichts ist das der hier noch irgendwie die Daten nachlädt? das sieht echt komisch aus ah ein Wolf was ging Platz? Fleisch? warte mal tut mir leid, süßes Ding ich sehe nur so einen Händler du bist ja schon vor mir ich folge dir einfach mal zumindest Zombies gibt es ja ja und Rea Rea Rea? ja neben mir noch bist du gerade was weitergefahren? ja nö du fährst wild du fährst wild also wenn wir zu Hause dort zelt oder nicht schon mal im Wasser von mir geht die Straße jetzt nach Noten das scheint eine riesige Ebene hier zu sein Henry ne? willst du den jetzt hin? ah da ist eine große Stadt gibt es Hochhäuser ja hier sind sie zu stunden ja nö 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 hier muss es doch irgendwo einen Händler geben ja da ist ja schon interessant zumindest gibt es hier eine riesige Stadt na ich stecke es nicht warte mal davor kann ein Händler sein wenn ich das so richtig sehe müsste geradezu ein Händler sein das ist ja sogar ganz von Vorteil dass das hier ein bisschen langsam alles reinlädt ne ich glaube es ist kein Händler das ist glaube ich eine Fabrik warte bin mir jetzt gar nicht sicher hier ist ein Händler hier ist ein Händler das ist eine Flagge wer macht der zu? ne Stunde ok ok so ja dann nimm mal den ganzen Mist was hat ich denn noch was hat ich denn noch noch mehr Rezepte jetzt mal gucken was der so schönes hat nimm mal den ganzen Händler 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 Ja. Ich glaube, ich müsste es mal kaufen. Seid ihr noch so? Für schöne Sachen. Ich brauche vielleicht erstmal was zu trinken. Hey, der Beck! Okay, okay. Ich habe es gekauft und da wieder verkauft. Sehr sinnvoll. Rum, Tür ist doch egal. Mieten. Zombies kommen hier nie rein. So. Das würde ich mir jetzt mal. Solarzell. Krass, kostet schön viel Kohle. Wieso kann ich das nicht kaufen? Ich habe den Platz nicht. Achso. Mach mal hin. Ja, Moment. Hey. Benehm dich hier. Achso, wir haben noch Cash. Ein Ding Rifle. Okay, jetzt kannst du was tun. Ich muss noch was aus dem Motorrad holen. Ich muss noch was aus dem Motorrad holen. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir noch. Ich möchte noch mal schnell was verkaufen. Kann ich? Ich würde unbedingt gerne hier die Solarzelle kaufen. Cool. Habe ich. Jetzt habe ich genug Kohle. Was? Der beschwert sich, das ist Mut. Gibt es ja nie. Kaufe ich ja ins Teuerste. Equip. Hm. Was ist denn das jetzt? Hm. Das muss ich mir dann ausüben, wenn ich mal zur Basis bin. Oh Gott, wo bin ich? Wo bin ich mein Zuhause? Weit, weit. Ich glaube auch, ich bin es gar nicht. Ach hier. Hat sich das ja mal gelohnt. Ich mache mich schon mal wieder vom Acker. Bei einer Nacht werde ich wahrscheinlich mal wieder ein bisschen an der Basis rum schnitzen. Dann muss aber noch die Außenwand fertig gebaut werden. Die Innenwand müssen auch fertig gebaut werden. Und dann wollte ich ja... Oh, hier ist noch was im Weg. Und dann wollte ich ja eigentlich noch die Etagen fertig bauen. Und ganz oben kommt dann noch ganz viel Verteidigung hin. Am Ende komme ich jetzt gleich bei den Schätzen vorbei, sehe ich. Dann hole ich mir die noch kleiner. Es ist ja noch 40 Minuten Zeit. Und ich habe Hawker mit. Da sollte das recht fix gehen. Da hat er sich noch nie rausgeworfen. Aber müsste doch jeden Moment... Hast du noch was gefunden? Ja, genau. Okay. Ah, hier ist noch ein kleines Zelt. Ja, ne gut. Boah, das ist gerade dann wie so ein Polizist. Bei mir. Oh, oh. Verbranntes. Wie viel Leben habe ich? 180. Okay. Oh, oh. Verbranntes. Wie viel Leben habe ich? Ich habe genug Leben für, wenn ich über eine Mine fahre. Das sollte ich überleben. Tue dich. Stopp, stopp. Ich bin ins Wasser. Das wäre ganz blöd. Oh, man, man, man. Das ist immer... Ich hasse das Gebiet. In meiner Zeit, bumm. Und ich erschrecke. Also zumindest sollte ich nicht sterben. Nimm mich 190 schleppen. Trotzdem wäre ich froh, wenn ich wieder raus bin. Oh, ist das Gebiet groß. Dann wird es doch noch klein Nacht sein. Ich bin überhaupt nie begeistert. Ist er nachtig gewesen? Ja. Ja, das geht aber nie so. Und dann bleibt das? Dann bleibt das auch lieber in der Mitte. Ah, cool. Oh, ist das die Gleichsträger, wo ich vorhin schon mal war? So. Nachtsicht an für die Nachtfahrt. Ah, okay. Die Zombies leuchten, die, oder? Ja, die sind ja tot. Stimmt, die sind ja nie warm. Ja, stimmt. Was bringt mir nicht? Jetzt gehen die ich schon mal. Es ist nacht. Ich würde jetzt gleich mal so einen Schatz ausbuddeln bei Nacht. Vielleicht. Ich habe gerade das Gefühl, dass es im Innen in der Stadt ist. Natürlich blöd. Ich schließe damit. Oh nee, hier ist der hier ... Ich hässst, wo ist jetzt bisa in der Stadt? stacks steckt... Ne, da scheint im Wasser zu sein. Ja, was ich mache, ob ich den finde oder nicht, das sehen wir dann in der nächsten Folge, denn die Zeit ist schon wieder rum. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis morgen, bye bye!